Nun gibt es zwei Studien, die in Nature veröffentlicht wurden, in denen man versucht zu modellieren, auszumessen, was haben die Maßnahmen eigentlich genützt, unter anderem in Europa. Die eine Studie ist eine vom Imperial College aus London. Da haben die Autoren für elf europäische Länder abgeschätzt, wie sich die Infektion bis Anfang Mai entwickelt hätte, wenn es keine Maßnahmen gegeben hätte. Von Fallisolierung bis hin zum Lockdown. Und die kommen auf gewaltige Zahlen. Interessant ist, wie das gemacht wurde. Da hat man keine gemeldeten Infektionszahlen als Grundlage genommen, sondern die gemeldeten Totenzahlen als Basis für eine nachträgliche Abschätzung des Infektionsgeschehens. Warum dieser Ansatz? Wie sinnvoll ist der? Also der ist insofern sinnvoll, als dass man natürlich bei den Todesfällen immer noch den klarsten Nachweis hat. Also wenn jemand verstorben ist, dann ist das erst mal eindeutig festzustellen und zu melden. Und das ist in allen Ländern gleich. Während andere Dinge, wie zum Beispiel die PCR-Nachweisrate, also die Zahl der bestätigten, laborbestätigten Fälle, ganz stark unterschiedlich ist. Je nachdem, wie gut ausgestattet das Laborsystem in so einem Land ist. Und wenn man Länder vergleicht, selbst zwischen europäischen Ländern solche Vergleiche anstellt, dann wird man ziemlich schnell zu der Erkenntnis kommen, die haben ganz unterschiedlich getestet. Und darum diese Vergleiche auf der Basis von Testen, die hinken total. Todesfälle und das Melden und Aufzeichnen von Todesfällen, das ist aber eigentlich in verschiedenen europäischen Ländern ungefähr gleich gut etabliert. Da gibt es schon auch wieder Unterschiede, gerade in der Geschwindigkeit. Also viele Länder sind da schneller als Deutschland zum Beispiel, muss man sagen. Aber wir haben inzwischen da doch auch ganz gute Einschätzungen, selbst auch für Deutschland. Und auf dieser Basis wurde hier gerechnet. Aber was dann wieder eben zugrunde liegt, ist das normale Modell der Ausbreitung solcher epidemiologischen Erkrankungen. Also das mathematische Modell, das auch vielen anderen Studien zugrunde liegt, die wir hier in der Vergangenheit schon besprochen haben. Nur rechnet man hier jetzt eben zurück und rechnet, wie viel eigentlich an Verstorbenen aufgetreten wären, wenn man nicht in bestimmte nicht-pharmazeutische Interventionsmaßnahmen eingestiegen wäre in den einzelnen Ländern. Da kommen gewaltige Zahlen am Ende bei raus. Für Deutschland ist die Rede von 570.000 Toten, die es gegeben hätte ohne Maßnahmen. Zum Vergleich in Wirklichkeit waren es bis zu dem Zeitpunkt nicht mal 7.000 Mitmaßnahmen. Das klingt doch einigermaßen extrem, ganz unwissenschaftlich ausgedrückt. Gerade wenn man sich anguckt, dass es in Italien, das ja spät reagiert hat und hart getroffen war, bis dahin 30.000 Tote gegeben hat. Erstaunt Sie diese Zahl? Also man muss sich so ein bisschen überlegen, von welcher Seite aus man diese Studie so anschaut. Also es gibt da tatsächlich eine Berechnung von Todesfällen für verschiedene Länder, die aufgetreten wären, wenn die Epidemie freien Lauf gehabt hätte. Und da wird hier ausgerechnet 570.000 Tote in Deutschland. Zum Vergleich 470.000 in Spanien, 500.000 in England. 720.000 in Frankreich, 670.000 in Italien. Das sind aber natürlich hypothetische Werte, die sicherlich so in keinem dieser Länder aufgetreten wären. Denn man hätte ja gemerkt, dass eine Infektionsepidemie im Umlauf ist. Und auch ganz ohne spezifische politische Entscheidungen hätten die Leute sich natürlich viel vorsichtiger verhalten. Es wäre einfach Angst aufgekommen und das hätte sich schon von selber auch eingeschränkt. Die Leute wären aus Angst zu Hause geblieben, auch wenn niemand erklärt hätte, was hier eigentlich gerade passiert. Und niemand beschlossen hätte, dass jetzt Schulen geschlossen werden und man nicht mehr das Haus verlassen darf, wie das ja in einigen Ländern wirklich war, wo man gar nicht mehr raus durfte und so weiter. Also diese nicht pharmazeutischen Interventionen, diese sogenannten Lockdown-Maßnahmen, die waren ja in den meisten europäischen Ländern viel durchgreifender als in Deutschland. So und das sind also jetzt Zahlen, die so ein bisschen von der Bevölkerung abhängen, aber auch von der Altersstruktur dieser Bevölkerungen. Also das ist hier alles mit reingerechnet worden. Das ist also nicht strikt proportional zur Größe der Bevölkerung in diesen Ländern. Dann müsste Deutschland übrigens die höchsten Todesfälle haben, sondern da geht es auch um die Altersstrukturen. Was aber auch interessant ist, sind andere Dinge, die sich hier ableiten. Nämlich, dass in dieser Studie nochmal auf einem ganz diffizilen Rechenweg, basierend auf der Zahl der gemeldeten Verstorbenen, nochmal nachgerechnet wurde, wie jetzt die Schätzung der tatsächlich in der ersten Welle infizierten Populationsanteile ausfällt. Und das ist wirklich interessant. Also die Infektionszahlen raten. Genau, wie viel Prozent der Bevölkerung hat sich jetzt hier eigentlich infiziert? Mal abgesehen von irgendwelchen serologischen Untersuchungen, die man hier und da in größerer oder kleinerer geografischer Abdeckung durchgeführt hat, kommt man hier nochmal zu einer ganz unabhängigen Schätzung von den Infektionsraten. Und das ist so, dass wir in den kleineren europäischen Ländern hier starke Unterschiedlichkeiten sehen. Österreich 0,7 Prozent der Bevölkerung, Norwegen 0,4 Prozent, Dänemark 1 Prozent, Belgien 8 Prozent. Acht Prozent der Bevölkerung infiziert, das ist massiv. Und wir wissen ja, dass Belgien einen sehr großen Ausbruch hatte, ist aber eine sehr kleine Bevölkerung. Und der Grund, warum das so ist, ist einfach immer der Zeitpunkt, zu dem Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden. Ob das früher oder später passiert ist. Wir haben ja gerade heute auch wieder in den Zeitungen stehen, dass in England die Diskussion aufgekommen ist, dass gesagt wird, auch übrigens von einer Wissenschaftlergruppe, hätte man nur eine Woche früher mit den Lockdown-Maßnahmen in England begonnen, dann wäre die Hälfte der Patienten gestorben. Und das ist natürlich gravierend, wenn solche Erkenntnisse plötzlich im Raum stehen. Gerade jetzt in der retrospektiven Beurteilung der politischen Maßnahmen. Und so etwas klingt dann für mich auch ganz anders in der Öffentlichkeit. Also wenn man das mit Zahlen und wirklichen Daten hinterlegen kann, als wenn man einfach nur sagt, ach, das hätte man doch alles gar nicht machen müssen. Und es ist jetzt hier, um nochmal zurückzukommen zu dieser Studie, sehr interessant. Also nachdem wir jetzt gesagt haben, bei den kleinen Ländern, naja, das sind kleine Bevölkerungen, da kann eben auch mehr Schwankung auftreten. Da ist es jetzt doch sehr interessant, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie das bei den großen Ländern ist mit den prozentualen Infektionsraten in der Bevölkerung. Ich lese die einfach mal vor. Frankreich 3,4 Prozent, England 5,1 Prozent, Italien 4,6 Prozent, Spanien 5,5 Prozent. Also das schwankt so in einem Korridor. Ich will mal sagen zwischen 4 und 5 Prozent und so ein bisschen drumrum. Das ist also schon sehr, sehr ähnlich in all diesen bevölkerungsreichen europäischen Ländern, die sehr ähnlich strukturiert sind. Und das ebenfalls sehr ähnlich strukturierte Deutschland steht jetzt hier mit 0,85 Prozent Infizierte in der Bevölkerung. Bei weitem ist also Deutschland das einzige große Land in Europa, das sich so richtig abhebt, das so richtig viel weniger Todesfälle hat. Über fünfmal weniger Todesfälle, Entschuldigung, nicht Todesfälle, infizierten Fälle. Das ist intern kontrolliert in dem Sinne, als dass in mehreren von diesen Ländern, und zwar in Österreich, in Dänemark und in Spanien, also in zwei kleinen Ländern, wo große Unterschiede waren, und in Spanien, einem sehr großen, bevölkerungsreichen Land, wo eine Riesenstudie gemacht wurde in Form von Serologie. Jeweils stimmen diese bevölkerungsweiten Serologie-Studien ziemlich genau mit den Schätzungen hier überein von diesem Modell. Also das ist wieder mal so ein Fall in der Wissenschaft, wo man über zwei verschiedene Wege zur selben Schlussfolgerung kommt. Und dann ist eben das Ergebnis auch besonders robust. Und in diesem Sinne sollten wir einfach auch so offen sein zu sagen, das ist zwar eine Modellierungsstudie, aber die ist intern oder sogar extern hier, durch externe, ganz unabhängige Studien auf anderem Wege kontrolliert. Und wir sollten diese Zahlen deswegen jetzt einfach mal annehmen als ein ziemlich gutes Abbild der Realität. Und hier sieht man mal wirklich, was wir geleistet haben in Deutschland durch die Präventionsmaßnahmen. Vor allem ist offenbar ja dann der Teil der wirklich Relevantere, wo es um die Infektionszahlen geht und nicht um die Totenzahlen, die wieder sehr viel Unwägbarkeiten in sich tragen. Also die geschätzten Totenzahlen ohne Maßnahmen. Es gibt noch so eine Was-wäre-gewesen-wenn-nicht-Modellierung. Also nicht Was-wäre-wenn-Szenario, sondern was wäre passiert, wenn keine Maßnahmen ergriffen worden wären aus Kalifornien. Da geht es um sechs Länder. Deutschland ist nicht mit dabei. Die USA, China, Südkorea, Italien, Frankreich und der Iran. Und die rechnen jetzt nicht von den Todeszahlen zurück aufs Infektionsgeschehen, sondern gehen einen anderen Rechenweg. Und die sagen, ohne Maßnahmen wären Wachstumsraten für die Infektion von 38 Prozent insgesamt gesehen täglich möglich gewesen. Für wie realistisch halten Sie solche Schätzungen, wenn Sie die Studie genau angucken? Die schweigen ja auch Einzelmaßnahmen ab und rechnen das raus. Genau, also diese Einzelmaßnahmen, die sind hier in dieser Studie, sagen wir mal, mit sehr, sehr groben Schätzungen versehen. Also die Frage zum Beispiel, was hat jetzt der Schulschluss beigetragen? Das kann man kaum wirklich aus dieser Studie ableiten, weil das nicht vom inneren Mechanismus her gerechnet wurde, sondern von der äußeren Beobachtung her. Das ist also offenbar eine Herangehensweise, die in der Wirtschaftswissenschaft verbreitet ist. Und ich muss auch sagen, ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne mich mit so etwas gar nicht aus. Aber die Autoren selber sagen natürlich schon, wo hier auch die Einschränkungen liegen. Beispielsweise in der Unterschiedlichkeit der Länder oder auch in der Unterschiedlichkeit, zu welchem Zeitpunkt das überhaupt alles aufgetreten ist. Also in einem Land, wo zum Beispiel sowieso gerade Schulferien waren, da kann man schlecht etwas sagen über die Auswirkung von Schulschlüssen, die dann vielleicht am Ende doch nur die Ferien um zwei Wochen verlängert haben. Also diese Unsicherheiten, die werden hier gegeben. Und das Ergebnis hier ist tatsächlich eine riesengroße Zahl. Also in diesen Ländern, die hier zusammengefasst sind, China, Südkorea, Italien, Frankreich, Iran, USA. Bis zum Ende des Auswertungsfensters, und das war also tatsächlich noch während der ersten Welle, hat man schon 530 Millionen Infektionen verhindert durch die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen. Das ist eine extreme Zahl. Das mag auch alles so stimmen. Ich sehe das aber mehr so als begleitende, ergänzende Studie zu dieser anderen Studie, die wir gerade besprochen haben, also zu dieser englischen Modellierungsstudie, die ich wirklich für sehr substanziiert halte. Und wo man eben über diesen Vergleich innerhalb von Europa, wo man ja doch relativ synchrone Infektionsgeschehen hatte und wo man Länder hat, die sehr ähnlich strukturiert sind, da kann man schon jetzt wirklich mal eine Einschätzung bekommen darüber, ob es sich gelohnt hat, in all diese Maßnahmen einzusteigen. Ja oder nein? Diese kalifornische Studie, die haben das eben auch schon kurz angedeutet, die hat Methoden benutzt, mit denen normalerweise die Wirkung politischer Steuerung auf das Wirtschaftswachstum gemessen wird. Ja oder nein? Ja. Ja.